Wunderschönen guten Morgen und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Viertel vor sieben haben wir es schon. Wiederschauen! Viertel vor sieben haben wir es schon. Ich habe heute Morgen meinen Dolly noch abgebaut. Ein paar Reifen wechseln. Am Tiefel hatte zwei Stück. Jetzt fahre ich runter nach Meisenheim. Jetzt fahre ich runter nach Meisenheim. Jetzt fahre ich runter nach Meisenheim. Da steht er noch in 38. Den lade ich jetzt. Der muss wieder nach Saarbrücken. Gucken ob ich heute wieder so viele Dusen habe. Bis das letzte Mal, dass ich einfach reinfahren kann. Jetzt habe ich gesagt, jetzt ist wahrscheinlich die Hölle los dort. 10 Minuten nach 8. Ich habe es gleich geschafft. Von der Autobahn runter gefahren und seitdem habe ich den Kollegen vorne dran. Und der lässt es sehr gemütlich angehen. Ich habe keinen Zeitdruck. Zeitdruck, ja, ich fahre halt hinterher. Was soll ich machen sonst? Aber in der Zeit, wenn du dann so gute 50, zwischen 50 und 55 kmh fährst, eine ganze Zeit lang, irgendwann geht es dir halt doch auf den Sack. Sorry. Okay, geht doch so. Irgendwann geht es dir doch auf die Sendelaufzeige auf dem Eisnerkorb. 10 Minuten nach 8. Ich bin hier in Saarbrücken. Auf der Akku hält noch so lange. Ich habe heute vergessen. Ich habe heute vergessen, den Akku zu tauschen. Hoffen, der hält noch. Mal gespannt, wie es ausschaut. An meiner Lieblingskreuzung da oben. Wir werden es gleich sehen. Du Parten und drauschen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Mhm. カ human mit. Untertitelung des ZDF, 2020 kann ja nicht mehr als nett gehen. Einige meiner Keeper-Fahrerkollegen sind auch da. Ich bin auch schon oder irgendwas mit hinten gerade abgefahren. Und mein Navi wollte mich hinten rumschicken. Ich war mir aber nicht sicher, ob die, da war eine Höhenbegrenzung von 3,80 Meter, glaube ich, oder 3,55 Meter, so irgendwie war das. Und ich war mir nicht sicher, oder bin mir immer noch nicht sicher, ob die noch besteht oder ob die schon weg ist wieder. Deshalb bin ich jetzt mal den Alpenweg gefahren. Ich vermute aber, dass die immer noch besteht. Kein einziger, es kommt kein einziger LKW hierher. Also ich, wie gesagt, vermute die Beschädigung. Wobei, ich sehe jetzt keinen Schild, oder? Ich glaube, einfach doch, nach vorne. Da vorne steht ein Schild. So. Seitdem wieder über 20 sogar wieder. Nein, ehrlich, ich verstehe die Mände vom Baum schon. Und ein Mütabfuhr. Und ein Mütabfuhr. Ja. Du alter. Einige Superleuchten checken das an mir anscheinend einfach nicht. Guck mal, selbst der Motorradfahrer bleibt schön artig viele dran. Was ist denn hier los? Ach Gott, da komme ich ja da ohne, komme ich ja gar nicht raus, oder? Oder komme ich da raus? Doch, geht, okay. Also hier raus käme ich. Ja, aber da hin und durch wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich glaube, scheiße. Da hin und durch komme ich wahrscheinlich nicht. Da wird es ja fast Sinn machen, rückwärts hoch zu fahren, ne? Da wird es ja fast Sinn machen, rückwärts hoch zu fahren. Da wird es ja fast Sinn machen, rückwärts hoch zu fahren. So, ach du Scheiße, kann ich komplett vergessen hier hoch. Da oben stehen auch noch Autos drin. Da oben stehen auch noch Autos drin. Da stehe ich hier wie ein Ochs vom Berg, ne? So, wo will er hin? Er fährt jetzt links rum, ja? Ich fahr da mal rückwärts rein. Moment. Da oben stehen. Da oben stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aua, das ist ein dicker Abfahrt. Da hat der gerade ein Mikro. Keine Ahnung. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 gefilmt vorhin. Ich fahre jetzt nach Hause, ich sattel um, fahre ich morgen früh in den Pfälzerwald, in den tiefsten Pfälzerwald. Ich lade bei Johannes Kreuz um. Mitten im Wald, was werde ich laden? Eine Forstmaschine, Forrest Garp, ich weiß nicht wie es heißt, Forrester oder so. Keine Ahnung. Harvester, Forrester, Vorwarte. Alter, der schämt dich. Schämt dich. Dazu sammle ich jetzt noch um. Und der geht vom Rotenwald, hätte ich beinahe gesagt. Der geht von Johannes Kreuz da oben, in der Nähe von Elmstein, geht der hoch in den Westerwald. Das sind 130 Kilometer circa. Einfach. Mal gucken, wie ich fahre. Mal gucken, was für ein Gewicht ich habe. Ich glaube, ich komme nicht über 44 Tonnen. Ich weiß nicht, was für ein Teil wiegt. Ich darf. Hat er mehr als 13 Tonnen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, was für ein Teil wiegt. Ansonsten muss ich über die A3 hochfahren. Hätte ich ja nicht wirklich Lust drauf. Der Kilometer. Dann sollte gleich abbiegen und gleich rechts geht eine Straße rein und da sollte der Vorwärter stehen. Der Vorwärtige. Alter, hab nicht heim, ey. So, da vorne geht's auch. Ah, da steht auch schon eine. Da steht auch schon eine, jawohl. Da steht er doch. Da steht er doch. So, muss ich jetzt ein bisschen ausziehen. Also, nicht dumm gelingt. So, 20 Minuten vor 11 haben wir es. Also, ich bin hier in meiner Ausfahrt. Katastrophenfahrerei, sag ich wirklich. Also, das Stück von Wiesbaden, die A3 von Wiesbaden bis hier hoch. Katastrophal. Katastrophal. Ich glaube, da ist bis Bad Kammberg ist das, glaube ich, schlechteste Stück Autobahn in ganz, in ganz Deutschland dabei. Kurz vor Bad Kammberg wird's dann, wird's dann besser. Ja, aber Katastrophe. Echt. Katastrophe. Echt. So, jetzt habe ich noch 28 Kilometer Landstraße. So, jetzt kann ich noch besser werden. So, jetzt kann ich noch besser werden. Okay. Woher caramel ist? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.